Keyway RKF 125 Euro 5 B196 Flüssigkeitsgekühlter 4-Ventilmotor mit einer maximalen Leistung von 13 PS bei 9.500 Umdrehungen und ein Drehmoment von 10 Nm bei 8.500 Umdrehungen. 10 Liter Tankinhalt, Durchschnittswerte nach Euronorm 2,2 Liter, 6-Gang-Getriebe mit Ganganzeige im Cockpit, Upside-Down-Gabel, LED-Scheinwerfer, LED-Blinker, Wave-Bremsscheiben vorne und hinten, Bereifung vorne 100, hinten 130, dadurch ein enormes Handling und spielerisches Fahrverhalten. Das Fahrzeug wird ausgeliefert in einem matt-schwarz mit neongelben Dekor bzw. in fluoreszierendem Grün. Bereits an der Schwinge sind Aufnahmen für einen Montageständer, serienmäßig vom Werk, Sitzbankbezug in Carbon-Optik, Einstellbarer Handbremshebel. Detält auch ein ganzes Wart, das Fung sind auf millor. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020